flunder bummerang oder spatz auf steroide heute klären wir ob der hype um dieses set gerechtfertigt ist willkommen in der nauppenklötzlenscheune mein name ist blogstar und freunde zum jahresende ballart kobe einen durch die schallmauer limited editions wo man nur hinschaut man weiß gar nicht welche man zuerst kaufen soll und vor allen dingen muss man schnell sein freunde deswegen wenn ich froh euch heute von kobe die 57 56 die horten 229 vorstellen zu dürfen im maßstab 1232 die limited edition die am gleichen tag schon ausverkauft war ihr dürft ihr mal raten welche nummer ich habe und ich kann euch sagen ich habe wirklich nur ein paar minuten nach bekanntgabe auf facebook dieses set bestellt ich sag's euch freunde es gibt überraschung die schauen wir uns an hier auf meinen jetzt hellen bautisch ja freunde da haben wir fast australiens nationaldüsenjäger denn ich finde das ding sieht aus wie ein bummerang kleiner spaß aus der historik collection world war two die horten ho 229 in der limited edition im maßstab 1 zu 32 1080 steine und drei minifiguren die gebrüder horten und ein testpilot mit schoka cola wir schauen uns den karton von hinten an da sehen wir die fakten die ihr gleich bekommt das ganze gefährt wird 23 cm breit und 15 cm hoch bzw nicht breit sondern lang zur breite kommen wir gleich hier haben wir reimer horten wir haben hier walter horten und wir haben mir den testpiloten zu denen er gleich noch was zu hören bekommt und wir haben hier ein power supply card also wahrscheinlich ein batterieladewagen kennen wir alle wenn bei uns die batterie mal streikt wir können das fahrwerk ein klappen wir können das cockpit auf klappen so abnehmen wir haben hier ein schönes formteil und wir haben hier die beiden strahlturbinen die hier vorne markant in unserer flunder stecken sowie ein original foto jetzt schauen wir noch mal ganz kurz einmal nach der spannweite da haben wir es 52,5 zentimeter und wie es sich gehört für ein flugzeug hebt jetzt einmal ab damit wir uns den inhalt des kartons genauer anschauen können ja freunde da hat unsere horten ein paar kobe steine abgeworfen hier haben wir die bautüte 2 die bautüte 4 die anleitung die bautüte gibt es nicht und die bautüte 1 schauen wir mal auf das zertifikat und das freunde habe ich euch gerade gesagt die 209 und das obwohl ich wirklich sekunden nach der bekanntgabe auf facebook das set bestellt habe und ich bin bisschen wie sagt man j amused weil ich weiß dass freunde aus meiner babel aus meiner kobe babel später bestellt hatten und die haben zweiständige nummern bekommen was kobe damit den limited editions treibt wer weiß wer weiß und händler glaube ich kriegen sogar wenn sie wollen diese auch er finde ich suboptimal als normal schreibt mir eure meinung mal dazu unten in die kommentare trotzdem freue ich mich über das geladerte typen schild und dass der herr chef von kobe hier unten der den tollsten job überhaupt hat für mich das ding hier unterschrieben hat da ich ja auch ein bisschen geld da gelassen habe ja freunde vier tüten ich freue mich auf diese tollen hellblauen steine haben wir bei der nähe auch gebaut bei der 17 die hier oben auf dem findet der limited edition die hat spaß gemacht zu klemmen und da gab es auch dieses helle blau da freue ich mich richtig drauf was ich auch schon erspäht habe ist wir haben hier sehr viele bügel perlen also machen wir das was kobe am besten kann viel bau richtungs umkehr aber wir wollen den tag nicht vor den abend loben schauen wir uns die anleitung an wir sehen das hat es ab elf jahren es ist pad printed also keine aufkleber und natürlich in der eu gedruckt nach umwelt standards schauen wir uns die anleitung an ich bin nicht müde für alle neulinge immer wieder zu erklären wie man mit kubi anleitung arbeitet wir fangen mit der ersten bautüte an mit der 1 verteilen die uns machen das in schädchen wie auch immer ihr das wollt da hat jeder sein system und was ich euch sagen kann kobe anleitung haben keine seitenzahlen sondern nur bauschritte und wir arbeiten uns hat von step zu step zur nächsten tüte vor wir fangen an mit der nummer 1 logischerweise feile weise uns immer den weg im rechteck hier unten sehen wir immer welche steine wir brauchen und der vorherige bauschritt ist dann immer ausgegraut und der aktuelle ist farblich und so zieht es sich durch achtung wir haben bei den tüten beginnen immer so legenden hier sehen wir welche slopes wir brauchen und welche reifen dicke welche profil tiefe möchte ich mal behaupten und dann haben wir auch noch ab und zu solche anlegehilfen hier sehen wir dass wir eine einmal 6er flat teil also eine fliefe bräuchten fertig sind wir dann mit unserer porten bzw mit diesem set mit dem bauschritt 114 mit unseren kleinen wegelchen aber mit der horten selber sind wir fertig beim bau step 103 beim fahrwerk auf den letzten seiten dann immer die teile da könnt ihr kontrollieren wenn euch ein teil fehlt und wir haben eine anleitung also ein kleines fensterchen wie wir die figuren zusammenbauen das gas bei kobe auch lange nicht seit längeren gibt es jetzt zwar schon aber früher muss man immer so ein bisschen bei den bildern suchen wie wurden die figuren zusammen gesteckt jetzt haben wir es finde ich gut hier unten könnt ihr monieren wenn euch teile fehlen und eine ganz wichtige sache freunde auf die bin ich ein bisschen stolz weil ich mir einfach ein bild ich habe lang genug gemeckert wir sehen dass wir auf dem stand noch haben ich suche mal kurz raus wir haben noppen und das heißt wir können die figuren auf die noppen stellen hier sehen wir es bzw da das heißt unsere figuren fliegen nicht rum denn wir haben ja nur eine im cockpit und könnten dann hier unten unsere gebrüder horten drauf klemmen ich habe in vielen videos darüber geschimpft und danke kobe dass ihr gehört habt wenn ich auf mich auf die community letzte seite heißt dann etwas werbung das finde ich immer cool macht den mund wässrig drei der flugzeuge möchte ich mir noch kaufen eines habe ich schon gebaut findet ihr oben auf dem i lasst euch mal überraschen freunde überraschung für euch auch jetzt die fakten beziehungsweise nicht überraschend denn die fakten drehen sich natürlich um die horten ho 229 wunderwaffe oder doch etwas übertriebener balseholzflieger freunde lauscht den fakten ich wünsche euch viel spaß dabei und mir beim klemmen speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über die horten ho 229 bzw die horten 9 ein flugzeug letzten theoretische visionen in den turbulenten kriegszeiten gestalt annahmen die architekten dieses bahnbrechenden projektes waren keine grenien als die gebrüder horten zwei deutsche flugingenieure reimer und walter beide haben wir auch als figuren in diesem set die 1930er jahre waren die keimzelle der luftfahrtrevolution wie wir sie kennen und mittendrin befanden sich die gebrüder horten schon damals teilten sie ihre unersättliche leidenschaft für fortschrittliche flugzeugtechnologien und begannen das fundament für ihre wegweisenden nur flügel designs zu legen gerade im bereich des segelflugs die horten 9 bzw horten 229 auch als gothar go 229 bekannt der name kommt daher weil bei der gothar waggonbau dieses flugzeug hätte gefertigt werden sollen erhebt sich als ein einsitziges nur flügel jet flugzeug über die zeit ihr ziel ungeahnte schwindigkeiten mythen und verbesserte aerodynamik die gebrüder horten warten sich in neue dimensionen indem sie das flugzeug hauptsächlich aus holz und sperrholz fertigen was zu einer perfekten balance aus leichtigkeit und beeindruckender leistung führte dies aber auch gezwungen der kriegslage der mangel an edelmetallen zum ende des konfliktes der jungfernflug der horten 9 in der version v1 erfolgte am 1.3 1944 der zweite prototyp die v2 flog am 2.2 1945 es gab leider mindestens auch einen todesfall bei dem test flügen da ja eigentlich ganz nett dass kubi hier quasi einen testpiloten beilegt quasi als homage an diesen flug pionier während der motorisierten flug versuche war keiner der horten brüder anwesend die front stand zum ende des krieges schon relativ nahe am testflugplatz oranienburg auf dem diese versuche stattfanden das sonderkommando 9 das extra für die erprobung der ho 229 aufgestellt wurde wurde bald aufgelöst und reimer horten arbeitete bereits an der horten 18 einem sechs strahligen langstrecken nur flügelbomber projekt mit den angriffe auf die vereinigten staaten geflogen werden sollten der berühmte amerika bomber die verwirklichung eines solchen projektes war zu diesem zeitpunkt allerdings völlig illusorisch die genaue zahl der produzierten horten ho 229 bleibt im dunkeln vermutlich existierten nur wenige prototypen von denen keiner je im operativen einsatz stand gebaut wurden wohl drei bis vier obwohl die horten ho 229 während des zweiten weltkriegs keine schlacht erblickte sollte ihr einfluss auf die moderne luftfahrt um bestritten bleiben bzw das nur flügel design der brüder horten in den ersten vier jahrzehnten nach kriegsende verharrte die horten 9 weitgehend unbeachtet in der fachpresse bis die autobiografie von reimer horten und die optische ähnlichkeit mit den tarnkappenbomber norton b2 einen wahren halb auslösten die entdeckung der noch existierenden horten version v3 sorgfältig vom militär eingelagert in amerika trug zur faszination bei reimer horten behauptete maßnahmen zur radar tarnung getroffen zu haben doch historische aufzeichnungen liefern keine bestätigung für diese gezielten bemühungen forschungen im rahmen einer dokumentation für den national geographics fernsehsender führten zur herstellung eines nicht flugfähigen 1 zu 1 modell bei northrop dieses modell mit einem angeblich gleich reflektierenden silber spezial anstrich und simulierten tanks triebwerken und ausrüstungen wurden radar reflektions test unterzogen im vergleich zu konventionellen bombern der luftstadt um england zeigte sich ein um etwa 20 prozent reduzierte erfassungsreichweite für eine radar anlage des britischen chain home radars die horten 229 durch ihre materialien und formgebung besaß tatsächlich tarnkappen eigenschaften aber ob dies das ergebnis gezielte entwicklung oder eher zufällige umstände war bleibt eine offene frage vermutlich aber letzteres da flugzeuge aus holz generell schon damals schwer mit einem damaligen radar erfasst werden konnten wahrscheinlich trotz dieser holz oder durch diese holzkonstruktion wäre ein anflug zum beispiel auf die britischen inseln viel viel später erkannt worden was dann schon ein wenig eine art stelle eigenschaft ausmacht weil abwehrjäger nicht mehr schnell genug oder nicht schnell genug hätten reagieren können die horten neuen hinterlässt ein schillerndes beispiel an mythen und geschichten und innovationen ihre einflüsse auf moderne flugzeuge wie die northrop b2 bleiben ein mythos ein faszinierendes kapitel in der geschichte der luftfahrt wobei eigentlich ganz ehrlich die b2 ein nachfolger ist von nordroup konstruktionen wie die xp 53 und yb 49 ebenfalls große nur flügel flugzeuge diese hatten auch schon einen geringeren radar rückstrahl wert aber auch hier könnte man argumentieren dass die xp 35 und die yb 49 sich auch vielleicht von der horten 9 bzw der hao 229 bzw der g2 neu inspiriert wurden ja freunde mythos oder nicht faszinierend ist dieser in anführungszeichen vogel auf jeden fall ich wünsche euch jetzt viel spaß beim klemmbaustein review des kobe sets 56 57 bzw der 57 57 zu den unterschieden kommen wir nämlich später noch einmal bei den detail fotos zwischen der limited edition und der normalen version freunde euch jetzt viel spaß drei stunden habe ich gebraucht um sie zu bauen unsere horten 229 im maßstab 1 zu 32 hier meine 2009 passt ja fast unsere horten 9 unsere ho 229 unsere 229 wer die hat vielleicht einer von euch die 229 kann ja gerne mal schreiben oder die neuen fände ich cool ein set das ich aus vielen gründen genial finde vom bau her ist sie eigentlich fast langweilig außer liebe freunde dass wir hier ja ein paar bügel perlen über haben das hat seinen grund weil wir hier über 200 ja ich glaube fast 220 bügel perlen verbauen in drei verschiedenen farben in grau in oliv und in diesem hellblau und sonst haben wir halt noch ein paar hebel über den bügel perlen applikator einen stein hier eine c claim für das fahrwerk also hier wird eine menge geboten was extra steine angeht typisch kobe wobei diese extra steine sich hier auch beschränken auf die bügel perlen gleich einer der ersten schritte ist nämlich das aufbauen von bügel perlen weil wir halt hier von oben wie von unten viele fliesen verbauen und ich glaube mit fug und recht neben der dornier ist es eines der ersten flugzeuge was wir komplett unten zu bauen wenn es um den zweiten weg geht ich will hier gar nicht auf die modernen jets aus der arm forces serie eingehen aber ich meine so dass es gut aussieht wir haben ja viele andere flugzeuge auch die wir schon zugebaut haben aber hier sieht es richtig schnuckelig aus kommen wir mal zu dem leistungsumfang hier meiner limited edition die unterschiede zur normalen version bekommt ihr gleich noch mal bei den detail bildern wir haben den stand wie ihr sehen könnt kann ich hier drei figuren drauf noppen wir haben unsere horten und wir haben einen kleinen wagen der hier als power wagen als power anhänger bezeichnet wird vielleicht ein kompressor zum starten ich finde ziemlich cool anthrazit leichte bauweise wir haben hier so eine art tank deckel oder konnektor und wir haben hier einen hebel eine achse wir können also irgendwo dranhängen vielleicht an den opel blitz gut er ist 1 zu 35 aber ihr wisst was ich meine also kann man sich und das finde ich halt immer gut gedanken machen ob man hier ein dimorama bauen möchte deswegen mag ich die limited editions mit diesen zusatz sachen weil es immer ein bisschen kleinigkeiten gibt und da ich immer denke so ah da könnte ich doch das und das bauen für mein dio rama wir haben hier steinchen über dazu komme ich gleich und die anleitung wie gesagt da gibt es eigentlich nichts dran zu meckern außer eine sache aber es auch kein meckern das zeige ich euch nämlich gleich ja wir waren bei den figuren bzw ich war auf den weg zu den figuren ich nehme sie mal hier weg fangen wir doch mal an mit den herren nicht gerade schon erwähnt habe eine tragische figur es ist ja ein testpilot ums leben gekommen das war erwin ziller und ich glaube den haben wir hier auch erwin ziller mit der schoca cola dose hier in rot ihr bekommt rechts die figur noch mein groß hier mit schiffchen typischer flieger montur quer über das leib sehen jeder schokolade drauf schwarze schuhe schön auch hier die streifen an der hose an der seite hier haben wir seine schwingen wie man so schön sagen würde da auch und wir können den herren noch und da zeige ich euch kurz hier noch mit einer fliegerhaube in gelb versehen dann haben wir nämlich hier quasi unseren testpiloten in der montur ja kommen wir vielleicht zu den gebrüder horten hier haben wir einen der beiden brüder schöne blaue uniform bedruckt mit flügeln auch oben luft waffen kragen spiegel schaut ja neutral rein würde ich sagen mit dienst glas wir haben die hohen stiefel weiße handschuhe und hier sein bruder ups fällt mir aus der hand mit zigarre im mund also könnte man auch für adolf galant halten auch hier mit luft waffen uniformen eka auch die schwarzen hohen stiefel und ja wie man sich so diese typischen in anführungszeichen helden der luftwaffe vorstellt in anführungszeichen natürlich ich habe es euch gesagt hier haben wir es noppen am stand und können das flugzeug bzw die flugzeugentwickler und den flugzeugführer hier drauf noppen ich zeige euch jetzt die horten einmal so sie glänzt schön ist ein bisschen patschig das haben kubi steine so aus der tüte ja immer an sich plus natürlich das typische ja wie soll ich sagen unsere typische fett schicht der haut wenn man diese schönen kubi steine anfasst haben immer so einen leichten schmieren film die sieht cool aus hat viele drucken die balken kreuze diese typischen waren dreiecke hier nicht drauf treten richtig cool und das schönste ist vielleicht sogar in anführungszeichen nehmen sie mal ab übrigens geht hier der die aufnahme für den stand immer ab zeige ich aber gleich dass wir auch hier unten bedruckte balken kreuze haben beziehungsweise gedruckte balken kreuz und ihr seht schon hier von unten also man könnte es auch meinen ich habe hier flosse eines heiß abgeschnitten wirklich schön aerodynamisch und cool im hellen blau wir haben hier eine kleine antenne und wir haben hier das fahrwerk dass hier drin versteckt wir können es aufklappen ist ja sehr massiv bei der horten gewesen ein großes rad hier mit so einer aufnahme an einmal einsam teils mit einem pin an der seite ist ein bisserl labil muss man immer ein bisschen aufpassen aber ich zeige euch jetzt gleich noch mal warum generell das labil ist und warum kubi hier extra steine beigelegt hat dass das fahrwerk dass wir ein und ausklappen können hier wie gesagt ich mache es schon immer ab kommt eigentlich die aufnahme die aufgrund der guten klemmkraft dieser kaffee umrührer so nenne ich diese durchsichtigen stands dich eigentlich ziemlich cool finde ja immer stecken bleibt und das können wir hier mit diesen technik stein mache ich das einfach so drauf zack und jetzt haben wir unsere flung da von unten auch vollständig wenn ich jetzt unsere horten hinstellen würde klappt sie ein was habt den bild gar nicht gesehen so fällt sogar ab das rad aufgrund der bautechnik da es ist also nicht sehr stabil deswegen hat kubi sich einen trick einfallen lassen nämlich diese extra hinge konstruktion die wir hier einfach rein bauen da so und dann hier rein verkeilen so kann das buchrad hier nicht mehr ein klappen und schon können wir unsere horten hinstellen und sie ist auch sehr stabil in der zeit zeige ich euch noch mal hier den stand mit meinem laser typen schild da die 209 und der stand typische kobe massive schwarze bauweise schwarz ist was diese fett tatschen angeht ja immer noch anfälliger irgendwie so scharf stellen denn ich will euch noch was zeigen wir haben ja hier zwei große formteile nämlich einmal hier den lufteinlass für unsere junkers juma 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 triebwerke schön gemacht dieses formteil und wir haben unsere klappe an diese klappe kommt man nur sehr schwer indem man entweder hier die nase abbaut oder wenn man einfach hier von unten das rad geht wieder ab hier durchs löchlein drückt und schon kann man die klappe ab machen denn ihr seht das fahrwerk kommt da gleich also wenn es noch dran wäre und da haben wir noch ein bedrucktes instrumenten bord wir müssen jetzt erstmal wieder unser fahrwerk anbauen wir klemmen jetzt einen stein wieder runter so ja bisserl frickelig ihr müsst aufpassen wenn euch das öfter umfällt hier dass die antenne nicht umknickt sonst bleibt die ja hält sie ihre form so das finde ich nicht gut es ist also ein bisschen frickelig hier aber ich glaube das fahrwerk baut ihr auch nicht so oft ein oder aus beziehungsweise wahrscheinlich würdet ihr bei diesem massiven hässlichen buchrad ist wahrscheinlich eher eingeklappt lassen auf dem stand in der flugposition da sieht halt unsere kleine flunder hier am besten aus so ich wollte euch nur was zeigen denn der pilot kann ja sonst so eigentlich gar nicht so richtig sitzen man muss den piloten so ein bisschen hier rein klemmen in so eine art liegeposition ähnlich wie das wirklich bei manchen projekt in der endphase gedacht war ich glaube es gab auch so eine art heinkel 162 den man als salamander kennt den volksjäger auch eine art sturzkampfversion da muss der pilot sogar auf dem bauch liegen so war das geplant also ja das hat auch damit zu tun so ein bisserl dass piloten fehlten und viele junge piloten direkt von der segelflieger hj benutzt wurden oder eingezogen wurden die kannten solche flug liegeweisen ja war ja alles etwas menschen verachten und komisch damals aber auf jeden fall so kriegen wir hier unseren pilot auch dann ins cockpit auch wenn es ein bisschen blöd aussieht und naja gut ich habe mir das mit schokacola da rein geklemmt was ich noch vergessen habe was ich ziemlich cool finde ist nämlich wenn ich ein horten hier diese mitgelieferte teil in die hand drücke da haben wir nämlich hier den bauplan unserer ho 229 ich versuche euch das mal scharf zu stellen naja zur not kriegt es da groß auf dem kopf natürlich so da steht nämlich sogar drauf guter waggonfabrik ho 229 wobei sie eigentlich ja 229 heißen sollte aber wir haben hier den verweis dazu ja ich habe gesagt im thumbnail ich finde das set genial warum finde ich genial weil es für mich schön war bei den fakten es gibt ja viele mythen zu diesem flugzeug stales jäger vater ala stales flugzeuge ja der großvater der b2 und so weiter und für jemanden der sich gerne so historisch um solche setze bewegt deswegen ja auch immer die fakten bei der fakten zeit für den ist so ein set natürlich super als sammler finde ich cool dass kobe jetzt diese tür auf macht zu diesen projekten die es ja so nie wirklich richtig gab also es gab sie schon habe ich euch meine fakten gesagt aber nicht in einsatzreife und das lässt zu hoffen dass es da noch weitere sets geben wird wie zum beispiel die doh 335 oder die 163 wobei die ja effektiv im einsatz war aber ihr wisst was ich meine mit diesem flugzeug ist die tür offen und dann können wir hoffen bautechnisch ist es cool weil wir halt hier oben wie unten diese fliesen beplankung haben also hier sind überall bügel perlen drunter und wie ihr seht hier mit den wedges und der bau richtungs umkehr die wir hier haben haben wir hier wirklich ein flugzeug das von oben bis unten glatt ist also das gab es so bei kobe hat auch noch nicht in der historik collection meine ich und deswegen ist es auf jeden fall ein cooles set kommt genial daher und ich glaube man hätte es gar nicht ohne die formteile machen können denn sonst wäre es nicht so ikonisch geworden also alle die mal sagen kubiker nur formteile ich glaube ich hier ist das mittel zum zweck und das hat kobe gut gemacht nicht vergessen noch hier die bewaffnung es war ja als schwerer jäger gedacht dieses flugzeug ja freunde das war es bis hierhin halt hinten wollte ich euch noch die triebwerke zeigen das habe ich noch ganz vergessen die hier quasi links und rechts am cockpit vorbeigehen die schwarzen schön angedacht schön gemacht deswegen das noch zum abschluss zum abschluss noch quasi einmal von hinten beziehungsweise jetzt vom vorne ihr bekommt gleich noch mal detailbilder dann gehe ich noch mal darauf ein auf die unterschiede zwischen der 5756 und der 5757 der normalen version und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ja freunde wie immer an dieser stelle bekommt ihr ein paar detailbilder damit ihr euch selber einen eindruck vom kobe set 5756 beziehungsweise ja im kern auch der 5757 machen könnt ich möchte kurz auf die unterschiede eingehen die 5756 ist die limited edition 1080 steinchen drei figuren den testpilot und die zwei horten brüder wir haben das gravierte typen schild das zertifikat den stand und den tankwagen und das set gab es ab den 9 11 2023 in polen und bei uns etwas später durch ops die kobe 5757 ist die normale standard version mit 953 steinchen da haben wir nur einen testpilot und ein gedrucktes typen schild ihr könnt das set ab den 17 11 wohl kaufen da möchte ich kein gewähr für geben und das set kostet dann 79 99 interessant noch dass natürlich die limited edition es zum vorverkaufspreis gab von 80 99 also ein euro unterschied für zwei figuren stand zertifikat etc ich habe es euch gesagt schreibt mir eure meinung zum set und zu dieser ganzen geschichte mit den limited editions bitte gerne in die kommentare ich frage das zwar immer aber freunde ich selber habe mir noch nicht ganz so ein bild davon gemacht wie ich dazu stehe mein sammlerherz schreit immer kaufen wenn ich limited edition bei kobe sehr ja freunde dass das video schneller zu ende als der liebe blogs da einen dreieckriegel schokacola verputzen kann ich mag die blaue version viel lieber die folge mich passt doch besser hier zu den kubi kartons mit flugzeugen ich bin froh die horten 9 gota 229 oder horten ho 229 zu haben ich bin sammler dass ich eine dreistellige nummer bekommen habe obwohl leute die nach mir gekauft haben niedrige nummern haben ist eigentlich zu verschmerzen da dieses setz ja mittlerweile so limitiert sind dass sie an einem tag ausverkauft sind und somit eigentlich auch hohen nummern wertvoll sind wobei freunde für mich der wertfaktor gar nicht wichtig ist ich bin sammler monetär ist mir das latte aber schreibt mal bitte eure meinung dazu in die kommentare ich finde ich hier lohnt sich die limited weil wir haben hier einen stand wir haben zwei figuren mehr und diesen kleinen wagen natürlich ganz wichtig ist nicht spaß schreibt eure meinung bitte unten in die kommentare wie fandet ihr den vergleich ich habe es ja mal beide versionen reingepackt auch grafisch nämlich die normale version und die limited auch das könnt ihr mir gerne mal unten bitte in die kommentare schreiben denn youtube ist hier ein social media portal nicht nur eine video plattform und da lebt es ja von interaktion freunde wie immer bei einem flugzeug sage ich guten flug auf wieder bauen euer freund der blockster wie immer bei einem flugzeug sage ich meine schien die